Keine Kompromisse bei der Neueinstellung zu machen. Achte mal auf dein Bauchgefühl, also du siehst einen Menschen und hast ein Bauchgefühl. Und oftmals ist das richtig. Nimm die Menschen mit in diesen Prozess, die nachher mit dem arbeiten dürfen. Das ganze Geld, was du investiert hast, das ist alles für die Katz gewesen, weil 28% überhaupt nicht erscheinen. Herzlich willkommen zum Podcast Hospitality Inspiration, dein Podcast für die Hotellerie und Gastronomie. Wir interviewen inspirierende, erfolgreiche, fröhliche Menschen, die aus der Gastronomie und Hotellerie kommen und die einfach mal berichten, was sie in dieser Branche erleben und wie sie dort hingekommen sind, wo sie heute sind. Zwischendurch gibt es immer eine Just-Me-Podcast-Folge, in der ich ein Thema etwas genauer beleuchte, was meiner Meinung nach die Branche umtreibt. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern das ist das, was ich so aus meinen Gesprächen, aus meinen Trainings und Coachings mitnehme. Und das Thema der heutigen Folge knüpft an, an die letzte Folge und zwar, wie vermeide ich eine hohe Fluktuation. Und dafür gebe ich dir heute mal drei Ideen mit, wie du dieses Thema beleuchten kannst. Und in der kommenden Woche bekommst du nochmal drei Tipps, die du im Grunde sofort umsetzen kannst, um die hohe Fluktuation zu vermeiden. Also hohe Fluktuation, das hatten wir auch schon beim letzten Mal, dadurch entstehen einfach extrem hohe Kosten für Neueinstellungen. Die Stimmung in dem Team der verbleibenden Mitarbeiter ist einfach sehr, sehr negativ. Die sind unmotiviert, die Mitarbeiter, die dort sind, wenn ständig neue Leute kommen, die erstmal müssen sie die Arbeit machen von denen, die gegangen sind, weil du kriegst selten irgendwie jemanden, der nahtlos die Position übernimmt. Also erstmal eine Überbelastung der Mitarbeiter, dann dürfen die neuen Mitarbeiter erstmal eingearbeitet werden. Das heißt, sie haben weniger Zeit für die Aufgaben, für die sie tatsächlich da sind, dürfen die Mitarbeiter einarbeiten. Und es dauert einfach, bis jemand, der neu dazugekommen ist, tatsächlich zu 100 Prozent einsatzfähig ist. Je nach Stelle würde ich sagen, sechs bis zwölf Monate dauert das im Grunde schon. Ja und nicht zu vergessen auch der Image, das kann ich gar nicht aussprechen, Image-Schaden, der entsteht, wenn bekannt ist, dass ein Unternehmen ständig neue Mitarbeiter verliert und neue hinzukommen, die nicht lange bleiben. So, dessen sind wir uns, glaube ich, alle bewusst. Was können wir, was könnt ihr dagegen tun? Also starten wir mal mit dem Rekrutierungsprozess. Also wenn du neue Mitarbeiter einstellst, darf dieser Rekrutierungsprozess komplett in den Fokus genommen werden. So als erstes schauen wir uns mal den Rekrutierungsprozess an. Da ist meine Empfehlung, keine Kompromisse bei der Neueinstellung zu machen. Lieber auf die richtige Person warten, als den oder die Erstbeste einzustellen, die auf der Mathe steht. Das wird oft getan, weil einfach zu wenig Leute da sind und dann wird gesagt, gut, die hat zwei Hände, zwei Beine. Die wird jetzt einfach erstmal eingesetzt. Aber da kommen wir genau dahin, dass die verbleibenden, also das bestehende Team einfach komplett unmotiviert ist, wenn du Menschen einstellst, die nicht zu 100 Prozent ins Team passen und die auch überhaupt nicht zu der Aufgabe vielleicht passen. Also wie kannst du das machen? Da weise ich wieder sehr, sehr gerne auf mein Dauercamper-Modell hin. Denn dort wirst du erfahren, wie Menschen motiviert sind, wie sie arbeiten, was sie lieben. Und das ist nicht besser oder schlechter, sondern es ist nur die Frage, passt es zu der Stelle, die du zu besetzen hast. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die mögen sehr, sehr gern eins nach dem anderen tun. Die lieben es, Prozesse aufzusetzen. Ganz einfach, die lesen Gebrauchsanweisungen von Seite 1 bis Seite 10. Und da machen die jeden Schritt ganz akkurat. Also auf diese Menschen kannst du dich einfach verlassen, wenn du tolle Prozesse hast, dass diese Menschen wirklich Schritt 1 bis 10 so machen, wie es in dem Heft steht. Auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die mögen lieber das Optionale. Die mögen lieber schauen, okay, jetzt weiß ich, hier ist der erste Schritt und so soll das nachher aussehen. Dann gehe ich meinen eigenen Weg. Und das ist beides gut so, nur die Frage ist, was, welche Verhaltensweise passt eben in dein Team. Und das Dauercamper-Modell gibt dir darüber ganz viele Antworten darauf, ob diese Person halt genau auf diese Stelle passt. Das Zweite ist, also einmal zu gucken, was für Verhaltensweisen, Arbeitsweisen hat dieser Mensch. Das Zweite ist, achte mal auf dein Bauchgefühl. Also du siehst einen Menschen und hast ein Bauchgefühl. Und oftmals ist das richtig. Du siehst jemanden und denkst so, oh, das, das, das könnte richtig gut werden. Und dann darf das andere natürlich auch noch passen, aber das Bauchgefühl ist ganz, ganz wichtig bei der Entscheidung. Und der dritte Tipp bei dem Punkt, keine Kompromisse bei der Neueinstellung ist auch, nimm die Menschen mit in diesen Prozess, die nachher mit dem arbeiten dürfen. Also schau, dass dein Team die neuen Kollegen den Menschen kennenlernen, weil die müssen die Zeit nachher miteinander verbringen. Die dürfen schauen, dass sie zusammenarbeiten können. Und das ist zum einen gut für den Neuen, der dann kommt und sieht, okay, das werden meine Kollegen sein. Andersrum genauso. Und es ist zudem auch noch eine Wertschätzung deinem Team gegenüber, weil die haben auch ein Mitspracherecht. Der zweite Punkt ist eine transparente Kommunikation über die Erwartung der Stelle. Also manchmal, das habe ich auch bei mir selbst erlebt, als ich eingestellt habe, ist, da kommt jemand und den möchte ich unbedingt haben. Der ist so toll und der würde so gut passen und so. Und dann verschiebe ich so ein bisschen die Aufgaben, die dieser Mensch eigentlich hat, so ein bisschen so, ach ja, du möchtest doch lieber mehr frei machen, du möchtest selber und kreativ arbeiten, ach, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und das ist natürlich super dumm, weil wenn das nachher nicht einzuhalten ist, dann wird das sehr frustrierend sein für beide Seiten. Und der neue Mitarbeiter wird dann irgendwann sagen, naja, also ich dachte, ich könnte hier mehr frei entscheiden, mehr mein eigenes Ding machen, Hauptsache das Ergebnis stimmt. Jetzt muss ich mich doch daran an das System halten. Also transparente Kommunikation über die Erwartung der Stelle. Und der dritte Punkt ist, keine Zusagen machen, das spielt so ein bisschen in den zweiten Punkt mit rein, keine Zusagen machen, die später nicht eingehalten werden können. Also ich hatte zum Beispiel mal einen Kollegen, der hat sich als Sales Manager für, also viel Sales Manager beworben und da wurde ihm zugesagt, dass er auf jeden Fall viel reisen wird, dass er Repräsentant sein wird auf den internationalen Messen, dass er nach Kanada fliegt auf eine Messe und einfach sehr viel unterwegs ist und das hat er geliebt. Deswegen wollte er auch den Sales Manager Job machen. Letzten Endes ist ein Jahr ins Land gezogen und er ist gar nicht auf eine Messe gegangen, weil immer irgendjemand anders die Firma vertreten hat. Und der ist dann auch irgendwann frustriert von dann hin gezogen. Und ist es nicht die Schuld dessen, der da jetzt das Bewerbungsgespräch macht, weil der hatte vielleicht gedacht, naja, viel Sales Manager, der darf da schon hin. Es war aber nicht so. Also es war dann letzten Endes total frustrierend. Und der letzte Punkt ist die Vision und die Werte. Das darf wirklich abgeklopft werden. Dein Unternehmen, hoffe ich, hat eine Vision, hat eine Unternehmensphilosophie, hat Werte, für die es einsteht oder auch steht. Und da darf wirklich durch Fragen genau herausgefunden werden, ob dieser neue Mitarbeiter sich damit identifizieren kann. Und das wirst du auch spüren. Das ist wieder dein Bauchgefühl. Ist das jemand, der jetzt in diesem Fall irgendwie nur sagt, ja, finde ich super, keine Ahnung, in Einklang mit der Natur zu leben, finde ich echt toll. Aber ist halt einfach nicht so. Das wirst du spüren. Also nochmal kurz die vier Punkte. Keine Kompromisse bei der Neueinstellung. Transparente Kommunikation über die Erwartungen der Stelle. Keine Zusagen, die später eingehalten werden. Und schauen, ob der Mensch sich mit der Vision und den Werten identifizieren kann. Und das sind meine Punkte für den Rekrutierungsprozess. Optimieren. Der zweite Punkt ist das Onboarding. Und zwar Onboarding, das ist sehr, sehr spannend, beginnt schon bevor der erste Arbeitstag gestartet hat. Es gibt Umfragen, nach denen 28 Prozent der Mitarbeiter, der neuen Mitarbeiter, überhaupt nicht zum ersten Arbeitstag erscheinen. Die haben sich in der Zeit zwischen Vertragsunterschrift und erst im Arbeitstag entweder für einen anderen Arbeitgeber entschieden oder irgendwas ist passiert, dass die gar nicht erst eintreten. Das heißt, das ganze Geld, was du investiert hast, in Anzeigen, in Gespräche, in das Team einbinden, in Vertrag aufsetzen und so weiter, Assessment Center vielleicht, das ist alles für die Katz gewesen, weil 28 Prozent überhaupt nicht erscheinen. Also, mach dir bewusst, dass der Onboarding-Prozess mit der Vertragsunterschrift beginnt. Das heißt, schick doch mal eine Karte, Blumen, Pralinen, irgendetwas zu dem nach Hause und sag einfach, wir freuen uns so sehr, dass du jetzt Teil des Teams bist. So, schick ihm schon in der Zeit, wo er noch wartet sozusagen auf den ersten Arbeitstag, schick ihm da doch schon mal Informationen. Wenn du selbst, wenn ihr Intranet habt, gib ihm Zugang zum Intranet, wenn ihr Letter habt, sonst was. Gib ihm einfach diese ganzen Informationen, dass er sich schon als Teil des Teams fühlt. Manche Unternehmen haben Videos, auf denen die CEOs ein Welcome-Video aufgenommen haben. Das alles dürft ihr ihm schon zukommen lassen. Und wenn es möglich ist, wenn es gerade passt und ihr in der Zeit feiern habt, Mitarbeiterfeiern, Weihnachtsfeiern, Sommerfest, was auch immer, ladet die mit ein. Das sind Kleinigkeiten, nur dadurch verringert ihr die Wahrscheinlichkeit extremst, dass die nicht kommen. Also Mitarbeiter schon vor dem ersten Tag einbinden. Das zweite ist der erste Tag. Jetzt hast du schon Blumen geschickt und der freut sich wie Hulle-Pulle, dass er jetzt anfangen darf und so kommt an. Der Arbeitsplatz ist nicht fertig, keiner hat Zeit, alle im Stress. Und im schlimmsten Fall wissen die Mitarbeiter gar nicht, dass da jemand Neues kommt, alles schon vorgekommen. Es liegen keine Schlüssel bereit. Und das führt dazu, dass 15 Prozent der Menschen, die den ersten Arbeitstag starten, schon daran denken, zu kündigen. Also 15 Prozent, das ist wahnsinnig viel. Wenn du dir überlegst, 15 Prozent der neuen Mitarbeiter gehen und beziehungsweise überlegen zu gehen. Also nimm dir die Zeit, trag dir das ein. Wenn du Führungskraft bist, nimm dir mindestens eine Stunde Zeit für diesen neuen Mitarbeiter, für ihn rum. Dann stell sicher, dass jemand aus dem Team so ein Buddy ist, dass jemand mit ihm essen geht, dass er weiß, wo die Kantine ist, dass er die anderen Abteilungen mal so grob kennt. Und es ist auch nicht zu viel verlangt, mal ein paar Blümchen da auf den Arbeitsplatz zu stellen. Oder die Sachen einfach bereitzuhalten, die Schlüsselkarten und was es alles so gibt. Wenn es eine Uniform gibt, eine Uniform bereithalten. Dass er sich willkommen fühlt. Der zweite Punkt. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, wenn er dann jetzt am ersten Arbeitstag gestartet ist, die nächsten Wochen an diesem Mitarbeiter dran zu bleiben. Entweder kümmerst du dich darum, dass jemand dafür verantwortlich ist. Also du nominierst wirklich jemanden, der sich die Zeit nimmt. Und dann schaust du, dass der Mitarbeiter, der neue Mitarbeiter nicht überfordert ist, aber auch nicht unterfordert. Also wenn ein Mitarbeiter neu startet, hat er eine riesen Motivation, hat aber eine geringe Kompetenz. Und das wird sich halt, darüber habe ich auch einen Podcast gemacht, über die Entwicklungsphasen der Mitarbeiter. Das ist die Podcast-Folge Nummer 72. Da dürft ihr gerne mal reinhören, wie die Mitarbeiter sich entwickeln und was dafür nötig ist, dass die sich halt auch eben sehr, sehr gut entwickeln, motiviert bleiben und ihre Kompetenzen erweitern. Und das ist einfach ein Führungsstil, der da angewendet werden darf. Also der zweite Punkt, Onboarding-Prozess anschauen. Das heißt, erstens, der Prozess beginnt schon vor dem ersten Arbeitstag. Das zweite ist, am ersten Arbeitstag nehmt euch die Zeit, bringt, zeigt, nehmt euch die Zeit und gebt dem neuen Mitarbeiter das Gefühl, dass ihr sich wirklich willkommen fühlt und dann bleibt an dem Mitarbeiter dran. Und das sind auch Gespräche, entweder direkt mit dem Mitarbeiter oder mit dem Vorgesetzten. des neuen Mitarbeiters. Ja, und der dritte Punkt für heute und der letzte ist dieses Wachsambleiben. Ja, insgesamt wachsam bleiben. Und das geht nicht nur darum, wenn neue Mitarbeiter im Unternehmen sind, sondern generell als Führungskraft darfst du wirklich genau hinschauen, wo kündigen dann denn wie oft welche Menschen. Also ist es immer nur eine Abteilung, ist es oft vielleicht nur bei einer Führungskraft, selbst wenn die die Abteilung wechselt, dann wechselt die die Abteilung und dann gehen da die Leute. Oder ist es immer nur eine Stelle, also eine Position in dem Unternehmen, wo Leute oft gehen. Das kann darauf hindeuten, dass die halt super unattraktiv ist oder nicht umsetzbar für viele Menschen, weil die Arbeitszeiten vielleicht ganz schlimm sind oder weil die Tätigkeit zu langweilig ist und du da einfach keine Leute für findest. Also wachsam bleiben. Wo ist die Fluktuation am größten? Und das alles zielt immer, 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 immer darauf ab, dass deine Führungskräfte gut ausgebildet sind. Denn Führung ist Handwerk und kann erlernt werden. Führung ist Handwerk und kann erlernt werden. Das ist die gute Nachricht. Die Herausforderung ist, dass du als Führungskraft darauf achtest, dass deine Führungskräfte, deine Manager eben gute Aus- und Weiterbildung haben, die sie gerade auch im emotionalen Leadership weiterbringen. Und in diesem Fall empfehle ich dir natürlich ein super Seminar, und zwar das Seminar Leadership der neuen Generation, wo es eben viel um emotionales Leadership geht, wo es darum geht, das Mindset so zu schärfen, dass deine Führungskräfte eine positive, wertschätzende Haltung sich selbst erstmal gegenüber haben und dann diese an die Mitarbeiter weitergeben können. Weil das ist für mich Leadership der neuen Generation. Command- und Control-Stil funktioniert nicht mehr. Das funktioniert einfach nicht mehr. Und in diesem Leadership wirst du diese ganzen Tools-Techniken, das Mindset an der Haltung arbeiten können. Und da lade ich dich ganz, ganz, ganz herzlich für ein. Das nächste Seminar findet hier in Hamburg statt, am 25. und 26. Mai. Also es ist noch ein bisschen Zeit. Schau da bitte sehr, sehr gern auf meine Seite. Die packe ich auch in die Shownotes www.seminare.janina-felix.de. Da wirst du auch viele Testimonials sehen und hören von Teilnehmern, die dort gewesen sind. Du wirst erfahren, was jeder auf seine Art und Weise mitnehmen konnte. Das ist nämlich ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe auch Führungskräfte, die, weiß ich nicht, zwei Leute führen. Ich habe Führungskräfte, die ein paar hundert Mitarbeiter haben. Und ich habe auch Teilnehmer, die gar keine Mitarbeiter führen, sondern die gekommen sind, um zu sagen, ich möchte gerne erstmal in der Lage sein, mich selbst zu führen. Und dann bin ich bereit, auch andere führen zu können. So. Wenn du auf meine Seite gehst, wirst du einen Link finden, der dich zu Eventbrite führt. Und dort gibt es einen Rabattcode. 10% bekommst du als treuer Podcast-Hörer für dieses Seminar. Und ich freue mich sehr, dich dort zu sehen. Und bleib dran, denn nächste Woche gibt es drei weitere Tipps, die eine hohe Fluktuation vermeiden, helfen. Und da wünsche ich dir ganz viel Spaß, viel Freude und Inspiration. Hab einen tollen Tag, deine Janina.